Ja, einen wunderschönen, ihr wunderschönen, da sind wir zurück zu einer kleinen weiteren Runde Genshin Impact. Dieses Mal widmen wir uns dem einzigen noch verbliebenen in 3.2 und zwar Nahidas Characters Story Quest. Ja, wie man sieht, Mehrspieler-Modus habe ich gerade anmachen müssen, weil, wie so oft in Genshin, sobald man sich auch nur im Umkreis von 5 Kilometern des Startpunktes einer Quest begibt, mag Genshin es gerne einfach mal von selber anzufangen. Und die einzige Möglichkeit, das zu resetten, ist, indem man sich ausloggt. Eie, jemand anderem, beziehungsweise, nee, gar nicht wahr. Man lässt zuerst jemand anderem der Welt joinen, dann lockt man sich aus, sodass der andere in der Welt bleibt, dann lockt man sich wieder ein und dann ist es resettet. So, aber das heißt, ich muss jetzt einfach nochmal aus dem Mehrspieler-Modus raus. Aber das ist ja nicht so wild. Und dann können wir gleich mit der Quest anfangen. So, seitdem ist nicht viel passiert. Ich habe, ähm, das eine Event habe ich tatsächlich übersprungen. Das war das hier. Zu Anfang dachte ich mir, joa, gut, dass du es übersprungen hast. In der Mitte dachte ich mir, ha, eigentlich wäre es doch schön gewesen, das gestreamt zu haben. Und am Ende dachte ich mir wieder, ja, gut, dass du es übersprungen hast. Weil es war, es waren, glaube ich, sechs Akte. Und es war, in meinen Augen, eine vollkommen unnötige Story-Quest, die damit reingewickelt wurde. Einfach in ein Event, wo du mit Pilzen gegen Pilze kämpfst. Oder sogar mit Pilzen gegen Fatui kämpfst. Also, ähm, ja. Das habe ich dann doch gelassen. Ich glaube, das wäre dann auch ein Stream geworden, der irgendwie fünf, sechs Stunden hätte sein müssen. Weil das halt doch sehr, sehr, sehr langatmig war. Und, ähm, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch Platz drei der Events, die ich am langweiligsten und am schlechtesten gemachten fand von Genshin bisher. Der Platz eins war, ah, das war, glaube ich, mit diesem komischen Papiermännchen da oder sowas. Und Platz zwei, weiß ich gerade echt nicht mehr. Habe ich schon verdrängt. So. Traummomente? Ne. Was sind das? Habe ich schon gesagt. Ich denke, Sie alle wieder sehen uns, dass sie wiedersehen. Und zwar, weil ich es so gut und sehr, sehr lustig, in die ganzen Leute, die alle in der ganzen Welt sah, und ich habe versucht, die Ingenie zu verleiten, und das Ganze zu erzählen. Das ist dann so schön. Ich habe das Gefühl, dass du schon ein Moment in der Erinnerung bist. Das ist ein Wunderland. Ja. Ja, ich kann verstehen, was euch daran so reizt. Ja, in der Tat, ne, wenn man sein Leben lang nach der Kindheit überhaupt nicht mehr geträumt hat und jetzt auf einmal dann doch wieder alles auf einen einprasselt, joa. Ja, klar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Oh, das ist ja großzügig. Bleibende Wärme. Sapienza, Ormars, Deez oder irgendwie sowas in der Art. Oh, keine zwei Minuten und Palmon ist schon zu Kopf gestiegen. Wie Kinder. Nach einem kurzen Durcheinander haben die Teilnehmer endlich eine ordentliche Schlange gebildet. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja das Luizide-Träum, wo du den Traum steuern kannst. Keine Ahnung, soll er vorher eine große Portion Schleim essen und sich da abends mit einwickeln oder so? Was weiß ich, und dann wird es schon. Ich weiß, dass ich so viele Schleimungen habe. Ich hatte das erste Mal nur ein Kohlreisleim, und ich habe mich entdeckt für die Kohlreisleimus. Die vierte Mal wurden als Kohlreisleimus ausgewählt, und ich habe mich noch so schwer im Kohlreisleimus für die Mögevastet geschen. Aber ich habe mich noch in die Schokolade, dass ich mich noch nicht verletzte und verletzte. Ähm. Auch wenn ich Palmon gerne unterbrechen würde, fühlt sich Palmon mittlerweile wie ein Abenteuer. Okay. Dafür, dass sie nicht viel macht, äh, naja. Ähm. 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 Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich glaube nämlich nicht, dass das möglich ist. Ähm. Ja. Ähm. Band Oak Kong哦. șes. Oh... Das ist so süß. Oh. Das wäre eine gute Idee. Wie wäre es, wenn du dir ein Bild beim Einschlafen von ihr anschaust? Was? Nach langer Zeit behalten die Experten ihre Beratung. Und diese lebensechten Träume haben sie in Begeisterung versetzt. Ja, man kann sich das selber gar nicht so vorstellen. Also ich teilweise schon, weil ich träume verhältnismäßig selten. Aber halt so 10, 20, 30 Jahre lang gar nicht zu träumen und dann auf einmal halt doch, ist halt schon was komplett Neues dann, ne? Ja, das ist das. So wie das. Nein, da. Ihihihi,当たりだ! Aいつならきっとこんな感じのことを言うと思うぞ でも今は忙しいから こういうイベントに参加する時間はないだろうな あの、プロのお二方に質問をしたいという方が もう一人いらっしゃるのですが うえ? もういいだろう 質問に答えてた時、お前も見てたよな 私たちはプロでもなんでもないんだ その、そちらのお客さんは少々特殊で いや、たちゅら、わやくらん こんな面白い場所にあなたたちだけで来て どうして私を呼ばなかったのか 問い詰めたい気分だわ うわ!なぜなひらがここにいる? モーメントオブドリームのような面白いイベントは早々ないもの どんなに忙しくても時間を作って見に来ているの あなたたちに会えたのは偶然のエニシとも言えるわね そうだ!ナヒーダは夢を一番理解してるから オイラたちの代わりに全ての質問に答えられるよな 確かにそうね さ、どんなことでも聞いてちょうだい 面白ければ面白いほどいいわよ なの? あ 何話してたの? 先程度まであんなににぎやかにしていたのに なぜ急にためらうのかしら 自分的にやつらなのかしら 何これ何話してたの? え? そこに何話してるの? 何話してるの? どんなことで私たちがそうなのか悲そうには見えないはずだけど でも わからないかしら あなたたちだってスメールで色々と偉大なことをやってたはずよ Unsere Taten kann man nicht mit deinen vergleichen. Aber jetzt ist es ein bisschen wie ein Wasser in der Luft. Es ist eine bestimmte Weise. Aber ich kann mich nicht wieder zurückkehren. Ich bin nur ein bisschen der Wasser in der Luft. Ich kann mich nicht verstehen, dass ich mich nicht verstehe. Ich kann mich nicht verstehen. Ich bin sehr genau. Aber ich bin sehr gut. Sie sind gut. Der Herr Schoen ist sehr gut. Ich bin der Schoen-Geräusch. Dann müssen wir uns. Ich bin der Schoen-Geräusch. Ich bin der Schoen-Geräusch. Was ist das wunderschön? Ich würde mich nicht mehr als Slime sein. Ich würde mich nicht mehr als Hecht sein oder als Hecht sein. Entschuldigung. Ich würde mich nicht mehr als Kind sein. Ich würde mich nicht mehr als Kind sein. Warum hat man sich diese Gedanken gemacht? Ich würde mich immer wiederholen. Ich würde mich nicht anders erleben. Ich bin nicht so, dass ich mich nicht so, wenn ich mich auf den Augen schreue. Wenn ich mich auf den Augen schreue, dann bin ich da. Ich bin so, dass ich mich nicht so, wie ich mich auf den Tag noch nie verändern kann. Das ist das, was ich möchte, dass ich mich in den Gedanken mit einem neuen Gefühl habe? Sorry, ich habe mich noch geholfen. Wie ist das, dass ich die neuen Gefühl habe? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich weiß nicht, dass ich nicht. Wenn ich ihn nicht verstehe, kann ich es verstehen, wird es schwierig, dass er seine Gedanken zu verstehen. Ja, so... Wenn ich mich so lange überraschend bin, muss ich mich so weit überraschend denken. Ich habe es nicht so gut, weil ich es nicht so gut war. Falls du Hilfe benötigst, dann einfach nachfragen. Ein paar Monate will er nur eine große Essenskenntnis. Erinnert sie sich an die höhere Erinnerung Rukarabata? Nein, sie kann sie nicht mehr an die Erinnerung. Ah ja, stimmt. Ich habe alle Erinnerungen vergessen. Aber ganz ehrlich, ein Ratschlag wäre bei sowas... Er hat ja jetzt davon gesprochen... Ich glaube, eben hat er davon gesprochen, dass er sie im Traum sehen will. Jetzt hat er davon gesprochen, dass er sie jede Nacht im Traum sehen will. Das ist ja wieder ein Unterschied, ne? Wenn man so sagt, einmal oder so und dann vielleicht eine ganze Weile lang nicht und nach ein paar Jahren dann mal wieder, um Erinnerungen im Gedächtnis zu behalten. Okay, aber jede Nacht ist, glaube ich, eher dann schädlich, deutlich schädlich auf Dauer. Wenn du die ganze Zeit nur in der Vergangenheit zu versuchst zu leben oder so, dann nicht das zwar zu verarbeiten, aber vielleicht drin stecken bleibst und dann nicht verarbeitest und einfach nicht vorankommst oder vorankommen kannst dadurch. Also, wenn du die ganze Zeit nur in der Vergangenheit bist, Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung 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 des ZDF für funk, 2017